Ich bin der neue Chief Officer Taus und hauptsächlich dafür zuständig, die Situation der reservierten Sonnenliegen auf den AIDA-Schiffen wieder in Ordnung zu bringen. Für diese Position solltest du auch bei Temperaturen über 20 Grad Celsius einen kühlen Kopf bewahren. Schneller, bitte, es ist heiß. Begriffe wie Lichtschutzfaktor 20, 30, 50 sind hier kein Fremdwort und du weißt dich optimal vor starker Sonneneinstrahlung zu schützen. Du besitzt einen guten Orientierungssinn und weißt genau, wo die Sonne auf oder untergeht. Du kannst deinen Waschlappen von einem Handtuch unterscheiden. Mein Name ist Taus, Chief Officer Taus und wir suchen dich zur Unterstützung.